Was ist das? Das sind aber keine Wurzeln hier. Das ist aber was anderes als Wurzeln. Ey, was ist das denn? Die verfolgen mich. Ja, wir kommen da nicht durch. So Freunde, wir sind zurück. Willkommen zu Korbi und das Vergessene Land, Part Nummer Wahnsinn. Mit der Kimi. Hi. So Freunde, nächstes Gebiet der Vergessträume und zwar Vergesstkünste, äh Küste und ja, wir haben uns ein bisschen vorbereitet dafür. Wir haben eine Fähigkeit aufgewertet. Diese Schießfähigkeit haben wir aufgewertet und wir haben uns doppeltes Leben geholt plus nochmal doppeltes Leben als Reserve und ja, ich bin gespannt. Die Kimi rennt schon wieder dahin, wo sie nicht hin soll. Deswegen Kimi, lass uns anfangen. Let's go. Was war denn hier nochmal für ein Boss? Ähm, der Baum. Stimmt. Die Pflanze. Stimmt, der Baum war hier. Hast du recht. Okay, so auf geht's. Wow. Wir haben nur gerade erst angefangen. Aber warte mal ab, das kann ich auch hier. Ja, 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 ja. Ah, nein. Oh. Wo finde ich das Boot? Was für ein Boot? Wir brauchen kein Boot hier. Wir sind stark. Oh nein, was ist das denn da? Hier, sammle mal so ein Einje. Du brauchst so ein Eistyp. Oh, stimmt. Wir müssen das Feuer löschen. Da oben ist nämlich eine Fähigkeit. Da kommen die ganzen Fische hinter mir. Ja, hol die Leoseele. Da vorne ist die nächste Leoseele. Und da ist nochmal Leoseele. Oh nein, das war ein Strudel. Oh, Leoseele, überall Leoseele, Seele. Oh, hier sind aber ganz viele. Wow, pass auf. Ach so, da habe ich gar nicht gesehen. Hier sind aber viele Seelen. Ja, ich. Du kannst da drüber rasen. Immer da drauf. Ja, ich nicht. Ich kann da irgendwie nichts machen. Egal, let's go. Ich komme hier nicht hoch. Ach, ich komme hier nicht hoch. Deswegen, ich kann hier nicht. Nein. Ich kann da nicht springen hier, wenn ich ja auf diesem Schlamm bin. Ich komme da nämlich nicht groß hoch. Das ist das Bild. Wir sind da, wo das Bild ist. Was für ein Bild? Da, wo wir reingegangen sind. Echt? In diese Küste. Das ist das Bild mit den Sachen hier. Ach so. Ja. Einfach weiter. Nein, da war doch eine Seele. Nein. Doch. Wirklich? Ja. Wir gehen gleich zurück. Oh, gut. Aber ich glaube, die Seele hast du nicht gesehen, weil das Mikrofon wieder davor ist. Ja. Oh Gott, oh Gott. Du bist gleich kaputt, ne? Was ist? Was war das denn für eine Kraft? Boah, sammeln mal ein hier das Schwert. Kann ich gar nicht. Was geht denn mit dem Schwert ab hier? Na, ich sei nur mit Metern das Schwert. Okay. So, jetzt einmal kurz zurück, bitte. Ey, warte. Denn wir wollen diese... Wir wollen diese... Sehe, hier, die hier. Zack. Aha. Ja, richtig. Alle gesammelt. Ähm, was ist da vorne für Münzen? Warte, ich komm. Ah, guck mal, siehst du. Sehr schön. Ich mach einfach Eis. Warte. Das geht nur, wenn du als erstes drauf bist. Was? Ach, voll vergessen. Die Fähigkeit... Äh, Dings. Bisschen stärker, ja, ja. Mit denen stark sein. Aua. Nein, meine Kraft. Warte mal. Ich würde den brauchen. Nö. Nee. Aber willst du den... Ja, wir brauchen aber den Hund da. Nicht kaputt machen, nicht kaputt machen. Aua. Den musst du... Den musst du einsaugen. Da hinten ist eine Zielscheibe. Deswegen musst du den einsammeln. Hab ich. Sehr gut. Das hier ist die Fähigkeit, die wir verbessert haben. Warte. Kann doch nicht sein, dass wir noch keine Leos Seele gefunden haben. Das kann es ja nicht sein. Hm. Okay. Oh, da ist eine Leos Seele. Ich bin im Strudel. Nein. Ich nicht. Ich nicht. Ich nicht. Du bist gleich kaputt. Na? Nein. Ich nicht. Ja, du hast doppeltes Leben. Ja, aber... Dazu habe ich noch extra Leben. Da vorne ist noch eine Zielscheibe. Hast du gesehen? Guck mal links. Da. Hast du getroffen? Das war doch kein getroffen. Mach schon. Doch. Für dein Spiel hast du getroffen. Ach. Oh nein. Hab ich. Ja, sehr gut. Da hinten ist der Ste... Da hinten ist eine Zielscheibe. Ja, hol. Seit dir. Ja. Da ist bestimmt drei Leos Seele drin. Glaube ich. Mach auf. Ja. Hoffentlich haben wir alle. Stopp. Wir haben nicht alle. Jetzt haben wir sie. Ja, jetzt haben wir sie. Habe ich gar nicht gesehen am Anfang. Nein. Eeeh. Uuuu. Du lebst aber am Limit da mit deinem kleinen Leben, ey. Hä? Du hast nur noch ganz wenig Leben. Und? Wie na und? Da kommt nur der Boss. Denk dran. Und? Wir haben aber noch mal Ersatzleben. Aber müssen wir ja trotzdem nicht alles vom Boss auf brauchen. So, pass schön auf jetzt hier. Ja. Willst du das haben, das Volken? Na, brauchen wir das. Nimm mal lieber mit. Aber ich habe hier Essen. Ah nein, du bist kaputt gegangen. Nein. Bloß nicht. Weg mit dir. Ah, danke. Hier haben wir noch keine Seele. Da ist eine. Warte. Da ist eine. Hier. Hast du? Ja. Boah. Komm, wir gehen den normalen Weg. Besser ist das. Besser nicht. Wow. Wow. Nein. Ich mag diese Bombe nicht. Stopp. Jetzt, 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 jetzt. Wir brauchen das ja nicht beide machen. Reicht ja, wenn da einer hinrennt. Holst du da in der Ecke die Bombe? Ja. Ja. Ja, habe ich. Gut. Sofort eingesetzt. Ich möchte das Reißbällchen. Ich auch. Da war eine Münze. Ja. Da ist eine. Ja. Warte mal. Ah ne, ich dachte, das wäre ein ganzes. Das sah nur so aus. Das sah nur so. Oh, oh. Das war doch so klar. Das war doch so klar. Da wird doch noch mehr sein. Ich wollte es doch sagen. Ja. Ja. Äh, äh, fünf. Haben wir alle? Ja, haben wir. Ja, haben wir. Jetzt mal schaffen wir alle. Ich fühl's. Moment. Jetzt. Jetzt mal schaffen wir alle. Ich will, ich will. Das war's mit mir. Erwischt. Deine Leben. Ja, ich weiß. Einmal weg. Gut, dass wir es aber gemacht haben. Soll ich nochmal Ersatz leben? Gleich, 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 gleich. Wenn wir gleich gar kein Leben mehr haben, dann müssen wir das mal machen. Das ist ein... So, rechts ist ein Schalter. Geh du hin. Ich schweb, ich schweb. Hab ich, hab ich, hab ich. Da ist Leos Seele. Auf Wiedersehen, meine Kraft. Pass auf, du bist gleich kaputt, ne? Komm mal hier hoch. Mach den mal kaputt. Ich kann nicht. Ja, sammle mal Dinge ins ein. Mach mal ruhig, ist okay. Ich brauch Leben, das wird sonst nicht. Okay. Ach, Mann. Das muss doch nicht sein, ey. Ich sehe nix. Da war nix mehr, ne? Nein. Jetzt geradeaus, geradeaus, geradeaus. Wie viele Zählen haben wir denn jetzt schon? Warte. 28. 20 Stück fehlen noch, okay. Nein. Kurz, kurz. Der Riesenstrudel. Oh nein. Immer. Ihr müsst noch mehr Schalter irgendwo sein. Ich weiß. Da ist er. Okay. Haben wir. Da drunter sind drei Seelen. Hier drunter. Zack. Gut. Aber wir haben sie noch nicht alle. Da vorne ist noch eine. Bei dir, schieß. Ich konnte. Was ist los? Ist der Kapp. Oh. Ja. Vorne ist wieder ein Schalter. Ja. Hab ich. Vorne ist eine Seele. Ich hoffe, dass das alle jetzt sind. Sind sie noch nicht. Aber wir gucken mal. Warte mal. Noch nicht hier durchgehen. Hier, genau. Hier mal die Kiste noch mit. Nein. Was hat er? Einmal. Da, 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 da. Ist doch noch ein Schalter. War doch klar. Okay. Oh, oh. Oh, oh. Hab ich, hab ich. Ja, jetzt haben wir es. Ja. Wir müssen gleich für dich nochmal ein Leben finden. So weit geworfen, Affe. Je. Nein. So mit Wind, ne. Ich sehe es, ja. Okay. Das ist alles gemischt. Bereit. Äh, warte. Okay. Eins, zwei. Go. Drück einfach dagegen. Halt einfach dagegen. Lauf dagegen an. Genau. Einfach dagegen anlaufen. Dann passiert nichts. Einfach langsam dagegen laufen. Genau. Ein bisschen lenken dabei. Oh. Oh. Ich gehe hier rüber. Weiter. Ich wollte hier rüber. Nee, schaffe ich nicht. Du musst das machen. Scheiße. Schaffen wir nicht mehr, oder? Nee. Du musst da hoch. Jetzt nochmal. Nochmal, nochmal. Ja, ich komme. Oder? Doch, du schaffst das. Doch, das geht. Warte, jetzt, jetzt, jetzt. Ich kann nicht mehr. Okay. Ach stimmt, du hast kein Leben mehr, ne? Mist. Wieder was verpasst. Das ist aber auch hier richtig schlimm. Ja, und dass ich jedes Mal wieder zurück zu dir gespawnt werde, das ist auch... Nein. Ich kann nicht zu dir. Ich habe eine Kirsche genommen. Hab ich. Hast du? Ja. Ah, ein bisschen angreifen musst du schon noch. Ja. Guck mal, da oben ist ein Ring. Da oben ist ein Ring für dich. Nein. Ah, wieder verpasst. Da ist eine Treppe, eine Treppe. Kommen wir mit der noch zurück oder schleudert... Ah, okay, wir kommen zurück. Ah, wir brauchten sogar die, um den Ring zu bekommen. Okay, alles klar. Okay. Okay. Bisschen doof gemacht, muss ich sagen, weil ich jedes Mal wieder zu dir gespawnt werde. So, wenn ich schon weit vorne bin. Oh nein. Hier nervt das schon ein bisschen. Das schaffst du doch. Komm. Hol dir den Ventilator da jetzt. Komm. Jetzt. Und. Ja, gut. Ja. Oh nein. Hab ich, hab ich, hab ich. Ach du meinst. Dann noch mal, noch mal, noch mal, noch mal. Hab ich. Gut. Richtig. Richtig. Ja. Wo? Da. Oh je, meine Leben. Das ist eklig. Lauf, 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 lauf. Einfach durch. Was ist denn jetzt passiert? Hä? Wir sind nicht ins Wasser. Ach so. Okay, jetzt. Ist das giftiges Wasser oder was? Das ist dieses gefrierte Wasser, dieses Eiswasser. Ach so. Okay, also müssen wir jetzt da rüber, ne? Also zusammen. Das war so. Ach guck mal, wir können das sogar noch mal machen, ne? Nein. Wie nein? Dann mach du das mit so wenig Leben. Ja, du hast das ganze Leben verbraucht. Das wird nichts mehr. Sag nicht, das wird nichts mehr, sonst wir machen das jetzt wie gerade. Möchtest du Feuer behalten? Weißt du was? Du nimmst die Suchbomben, weil dann kannst du nämlich vom Weiten, kannst du werfen. Verstehst du? Mit Feuer musst du nah dran. Ich konnte gerade gar nichts machen, dann musstest du alles alleine machen. Du verstehst, was ich meine, ne? Ja. Du wirfst jetzt gleich einfach nur die Bomben und die Suchen. Okay? Und du weichst einfach nur alles aus. Okay? Wir schaffen das. Ich greif von vorne an und du machst von hinten und passt auf, dass du nicht getroffen wirst. Einfach nur werfen, genau. Du musst nicht... Boah, du Scheibenkleister. Guck, siehst du die Mann von alleine? Genau, du wirfst einfach nur. Alles gut. Guck mal, der trifft. Das ist sehr gut so. Das ist sehr gut. Ja, guck mal, guck mal. Das ist eine super Idee vom Papa gewesen. Pass auf. Geh du weiter zurück, 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 zurück. Nur nicht so weit, dass ich dich zu dir gespawnt bekomme. Pass auf, der dicke Backen. Der macht dicke Backen hier. Ach du meine Güte. Einfach immer weiter, 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 weiter. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Immer werfen, werfen, werfen. Nicht aufhören. Sehr gut. Immer weiter, immer weiter. Oh nein, jetzt kommen die Wurzeln. Ist egal. Du wirfst wieder. Was ist das? Das sind aber keine Wurzeln hier. Das ist aber was anderes als Wurzeln. Ey, was ist das denn? Die verfolgen mich. Ja, wir kommen da nicht durch. Oh Gott. Jetzt, jetzt, jetzt. Wirf, 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 wirf. Jetzt kommen die Wurzeln. Und jetzt pass auf. Hinter dir, hinter dir. Du kannst auch auf die Wurzeln hauen, genau. Alles gut. Ich kann ruhig nochmal kaputt gehen. Was ist das? Ich wusste nicht. Das trifft mich nicht. Aber dich. Warum bin ich jetzt bei dir wieder gespawnt? Wirf die Bombe, wirf die Bombe. Mach ich. Wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich. Das schaffen wir, das schaffen wir. Das schaffen wir. Ja, jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Boah, das... Das wird immer schwieriger. Ja. Das wird immer schwer. Wie viele fehlten uns jetzt? Ich glaube, drei oder so wieder. Ei. Schwierig. Schwierig. Bestimmt, weil ich die beiden zwei dann nicht gesehen habe. Weißt du? Welche beiden? Diese eine, die sind Bombenwürfel. Ach, ist doch egal, Mensch. Ganz egal. Ist ganz egal. So, als nächstes geht's in die Kirmes. Nächste Folge, Freunde. Lasst einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein, Kimi und ich. Bis zum nächsten Mal.